Mbappé auf dem Cover des Time-Magazins Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé, 19, ist vom amerikanischen Time-Magazine als Cover-Figur für die aktuelle Ausgabe ausgewählt worden. Überschrieben ist die Titelseite des Blattes, das am Donnerstag erschien, mit den Worten, Mbappé ist die Zukunft des Fußballs. Zudem hoben die Autoren den besonderen Verlauf seiner Karriere hervor, die in den Vorstädten von Paris begann und betitelten das Supertalent als Anführer der nächsten Generation. Der Jungstar hatte in diesem Jahr den WM-Titel mit der französischen Equipe Tricolor gewonnen und wurde zum besten Nachwuchsspieler des Turniers in Russland gewählt. In der französischen Liga sorgte Mbappé am vergangenen Sonntag für Schlagzeilen, als er beim 5 zu 0 Sieg seines Klubs Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyon binnen 13 Minuten einen Viererpack erzielte. Zudem ist Mbappé für den prestigeträchtigen Ballantour nominiert, der am 3. Dezember von France Football verliehen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017